Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, zusammen mit Ebu! Hallo! Hallöchen! Wir spielen heute was ganz Verrücktes, wie ihr vielleicht schon sehen könnt. Das Ding heißt Furz-Simulator. Man kann es da drauf. Ja. Also wir sind hier in einer sehr, sehr großen Toilette. Ziel ist es, andere Spieler zu eliminieren, indem man sie von dieser Plattform ins Toilettenwasser runterfurzt. Ja, das ist tatsächlich so. Dazu haben wir einmal, naja, die normale Furz-Attacke mit F. Special-Fähigkeiten mit 1, 2 und 3. Die zeige ich euch auch gleich. Man kann sich auch größer machen. Hier auf der Map sind solche Bohnen, die kann man einsammeln. Die geben einen Furz-Power. Und diese großen Dinger, hier, wie z.B. da war gerade so ein Goldener, das habt ihr bestimmt gesehen. Die geben Special-Fähigkeiten. So, wir machen mal die 3. Ah, das kann man sich unsichtbar machen. Yo, ich hab den erwischt. Ja, ich hab einen erwischt, Alter. GG. Ich glaube, ich hab den Killer aber nicht bekommen. Mann, schade. Evo! Oh, yeah! Nein, ich dachte, das war's. Oh, Mann. Man kann sich mit der 3, kann man sich einfach unsichtbar machen, Alter. Das ist das Letzte. Oh, das mach ich mal kurz. Ich auch. Ich mach mich unsichtbar. Zack! Oh. Ich hab ihn erwischt. Er fliegt weg. Er fliegt weg. Nein! Oh, Alter, ich hatte mega Glück. Okay, Leute. Wir sind weiter. Die Runde geht nicht mehr so lange eine Minute. Das heißt, wir können hier ruhig auch ein bisschen... Nein! Ich bin ins Wasser gerollt. Alter, hast du diese Fähigkeit von dem einen gesehen? Ne, hab ich nicht. Warte mal. Komm mal mit, komm, du kannst wieder runter. Oh! Ich hätte mein Geld mal dafür ausgeben sollen. Man kann Furzerdbeben machen. Ey. Okay, Leute, machen wir uns ein bisschen größer hier. Oh, ich hab nichts zum Größermachen. Ich muss mehr Bohnen einsammeln. Oh, Backe. Ey. Okay. Wir machen uns unsichtbar. Und... Ah, das war nicht so gut, Leute. Oh, hier. Special Ficht. Nein! Es ist Zeit für den Furzquake, Leute. Oh. Den will ich einsetzen. Den will ich einsetzen. Hier. Boah! Das ist krass. Ich hab ihn. Ja, den hab ich auf jeden Fall. Ben Sonheimer has rumbled Lorde Piggy, oder was? Den hab ich ja bestäuert. Den machen wir direkt nochmal, die Attacke. Hier in der Mitte vielleicht. Sieben Sekunden noch. Den einkriegen wir noch. Los, 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 los. Au! Ja, ich hab noch einen. Nee, der hat überlebt, weil die Runde zu Ende war. Ich hätt ihn erwischt. Oh, schade. Okay, wie viele Kills hat sich, glaub ich, nur einen oder so. Most? Ja, genau. Sechs hab ich, Alter. Ich hab drei Kills. Och, nee. Ich hab sechs. Gar nicht so schlecht, ne? Oh, D, D. Okay, weil das war die Anfängerrunde. Da haben wir noch keine Ahnung gehabt, Leute. Äh, der hat, es gibt aber auch krasse Attacken hier. Lass mal kurz gucken. Ja. Ähm, hier Select Special. Was gibt's hier noch? Ähm, es gibt, okay. Jo, da dreht man sich und schießt in alle Richtungen. Was ist das? Ein Burrito spawnt. Eine Granate. Ein Tornado. Oh. Für tausend. Oh. Oh, es gibt hier so krasse Dinger, ne? Ein UFO. Oh. Boah, wir müssen noch ganz schön viel Geld verdienen. Nee, Bruder, für diese ganzen geilen Attacken hier. Äh, kriegen. Ein goldener Burrito. Alter, der hat mir 500 Forz Power gegeben. Und das ist so ein Regenbogenkohl. Wie viel gibt der mir? Ja. Ich will mal tausend Forz Power haben und da mal raushauen. Der muss ja übelst heftig dann werden. Ich sammle mich mal hoch. Bist du? Ah, da bist du. Hallo, Ben. Guck mal. Bist du? Warte, 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 warte. Ja, ich bin hier in der... Warte, den holen wir uns jetzt, Leute. Wir warten. Und... Zack. Yes, den haben wir erwischt. Alter, ist der geflogen? Oh Mann, der ist auf der nächsten Insel gelandet. Guck mal hier, bin ich. Ich bin fast reingelaufen, Alter. Nein. Okay. Wir wollen uns auf jeden Fall hier alle Fähigkeiten noch freischalten. Aber wir wollen auch mal einen Tausender Power Forz haben. Da bin ich mal gespannt, wie heftig der ist. Wir haben drei neue Special-Fähigkeiten. Wow. Wow. Hat die gleiche Attacke wie ich. Boah, ich sehe es. Gerettet. Was ist das hier? Da kann ich mir selbst Burritos füttern. Das ist ja auch abnormal, okay. Das ist richtig krass. Und tschüss. Bam. Oh, die landen immer auf den anderen Inseln, ey. Was haben wir auf der Drei? Ah, eine Granate. Oh, ja, warte mal. Die wollen wir nochmal machen. Die wollen wir nochmal machen. Der Drei. Wo sind ein Gegner in einer guten Distanz? Jetzt drehen wir uns... Oh nein, der hat die UFO-Fähigkeit gemacht. Hallo. Ja, pass mal auf, Evo, der UFO-Type. Oh nein. Ja, siehst du? Oh, ich habe es überlebt. Oh, hier ist ein Burrito. Nein. Schade, Leute. Die Attacke war leider nicht so heftig. Okay, ich will aber unbedingt jetzt hier nochmal die zwei. Genau. Evo, deine Herzen, ey. Tschüss. Oh, boah. Habe ich dich erwischt? Habe ich mich oben gelandet? Guck mal. Oh, ich habe aber einen anderen erwischt. Ach, du bist da oben. Wieso geht denn das? Zack, aber jetzt. Ich glaube, das war ein Bug. Okay, weil wir füttern uns selbst mit Burrito. Aber wir haben keine Special-Fähigkeiten. Nein. Nein, ich bin gestorben, ey. Ich auch. Okay, Leute, es ist Zeit für neue Fähigkeiten. Jetzt machen wir den Tornado, dann Crop Duster und ein Tsunami, Alter. Okay, wir müssen aber erst Special-Fähigkeit-Punkte sammeln. Wir haben nämlich leider nichts mehr. Mein Burrito, da kannst du immer schön abhauen. So, wir sammeln den ganzen Kram ein. Du wolltest mich killen, du. Sau. Bam. Hammerisch. Okay, ich bin Level 9 einfach schon. Ich bin Level 10. Yay. Okay, Leute, wir machen einen Tornado hier. Nein, ich habe nicht genug Power. Hä, doch? Ah, nee, doch nicht. Wie sammelt man Power? Nur über diese OP-Items? Ich glaube schon. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, Leute. Wir können den Tornado machen. Und ich weiß auch schon genau auf wen. Auf dich! Nein! Zehn Sekunden. Wenigstens habe ich einen erwischt, Leute. Wir haben nicht genug Fähigkeiten-Punkte, ey. Hier, Ben, für dich. Nein. Oh, ich habe übelst stylisch überlebt. Das war knapp, Alter. Okay, mal sehen, wie viel mehr Kills hatte von uns. Wie viel Kills wir haben. Oh, ich hatte nur drei. Yes! Schlechte Runde, Leute. Oh, mein Gott. Der Endgegner des Pupen-Monsters. Oh, wir müssen... Ah, jetzt müssen wir zusammenspielen. Ja. Wir müssen Toilettenpapier auf ihn schmeißen. Schon sehr absurd. Wie kann ich denn das Toilettenpapier nehmen? Aber muss ich das... Dagegenpupsen? Ah, ja. Ja! Oh, da muss man aber ein bisschen sammeln, weil bis man so weit schießen kann... Der hat mich getötet. Boah! Oh, nein, es ist das Toilettenpapier hier weg. Alter! Das ist schon ein bisschen ekelhaft. So. Nein, das Toilettenpapier ist runtergefallen. Und wie soll ich denn das jetzt... Ja, jetzt spawns neu, Leute. Und... Go! Yeah! Ich hab ihn getroffen, ich hab ihn getroffen. Okay. Er hat nur 480 HP. Ich hab, glaube ich, auch so den Spieler getötet. Das wollte ich gar nicht. Das ist natürlich nicht so gut. Hupsala. Das muss krass Level gehen, wenn wir den besiegen. Und go! Nein, der hat mich getötet, der Idiot! Oh, nein! Dieser Anfänger hier. Okay, wir gehen hier. Da haben wir ein bisschen Ruhe. Ich hab ihn getroffen! Warte, da ist irgendwas hier. Da ist dieser Supercool, Leute. Hallo! Bam! Hier ist ein Burrito! Warum hat jemand das umgeworfen? Hilfe, ich werd zerquetscht! Und... Go! Oh, Mann, Mom! Das ist gar nicht so leicht, den zu treffen, ne? Das stimmt. Der hat nicht mehr viel! Ein Treffer oder zwei ist das. Jawohl, wir haben ihn! Yay! Jawohl! GG! Der Endgegner wurde besiegt! Erfolg! Da-da-da! Yeah, yeah, yeah! Was kriegen wir jetzt? Ich bin Level 10. Welches Level bist du? Äh, Level 11 gerade. Oh, Mann. Okay, wartet. Wir müssen die Special-Fähigkeiten nochmal anschauen. Also, den Tornado haben wir jetzt schon gesehen. Boss-Damage. Wie viel Damage hast du denn gemacht? Hast du das gesehen? 500! Was? Ja. Wie viel du? 38. Das macht gar keinen Sinn. Bei Most-Boss-Damage ist was ganz anderes stehen. Nein, ich hab nur 24, leider. Ich hab nur mit einer Papierrolle getroffen, ey. Ich hab mich dafür geschämt, deswegen wollte ich nicht sagen. Ich hab mich... Ich hab nur mit zwei getroffen. Ja, auch viel besser, ey. Okay, wir haben jetzt drei neue Fähigkeiten, die wir noch nicht gesehen haben. Was kann man denn hier? Ach, hier kann man... Ja. Inception. Alter. Was kann man hier? Explosion. Aber geil. Bonusrunde. Weil wir den Endlegner besiegt, dann gibt's jetzt eine Bonusrunde. Yeah. Alter. Nein, der klaut mir alles. Bam. Bam. Was bringt mir das? Nein. Also, was bringt mir das, das aufzusammeln? Ah, damit wir das dann... Damit wir sich aufladen können, dann in der richtigen Runde. Okay, heftig. Zack. Zack, guck mal. Jetzt haben wir vier, fünf, sechs... Ah. Leute, das hab ich gar nicht gecheckt. Also, mit B kann man halt seinen Furz aufladen. Aber mit C kann man seine Special-Fähigkeit aufladen. Es steht eins zu eins. Ja, ich hab ne Runde gewonnen. Ebu hat die zweite Runde gewonnen. Das heißt, jetzt kommt die finale Entscheidung. Ich hab auf jeden Fall gut hier Kohl gesammelt für meine Special-Fähigkeiten. Die werde ich jetzt nonstop raushauen, Alter. Wir beginnen direkt mal mit dem krassen Tsunami, Alter. Let's go, Leute. Direkt hier rein in die Bude. Und wir machen direkt die... Drei. Warum warten? Alter, Ebu hat's weggepupst. Du hast mich in meinen eigenen Tsunami rein... Okay, jetzt können wir C machen. Ja, genau. Guck. Okay. So, haben wir die Eins. Boah. Okay. Uiho. Hab ich überhaupt schon einen gekillt, Alter? Ich hab keine Ahnung. So. Wir haben die Zwei. Was kann die Zwei? Mann, Ebu, du nervst mich hier ganz schön. Hallo. Halt, du hast auf, weil die krassen Special-Fähigkeiten... Oh. Ich überlebe. Zum Glück. Oh. Okay. Schade, schade. Schade, ne? Nimm das. Yo. Alter, ich bin Raumschiff. Das sieht komisch aus. Ich kill hier ja niemanden, ey. Hab ich überhaupt schon einen gekillt? Ja, man kriegt das vielleicht manchmal nicht richtig mit. Okay, wartet. Hier sind jetzt ganz viele. Wir machen mal den... Oh nein, wir können nicht den Tsunami machen. Nein, den goldenen Burrito. Den hätten wir gebraucht. Okay. Wir warten kurz. Zack. Ich hab dich da wieder reingeschubst. Mann, ich hab wieder keinen gekillt. Okay, wartet. Wir müssen stärkere Fähigkeiten auswählen. Mit neun Fähigkeiten am Start. Okay, das Ufo. Ja. Auwe, Ebu. Nein, nein. Yeah, wir haben sie erwischt. Oh, du hast echt überlebt, ne? Oh, Ebu. Was kann das hier? Alter, Laserfords. Boah, ich bin komplett raus... Boah, ich hab das überlebt. Was kann die drei? Was? Achso. Achso, ich hab zweimal das gleich ausgewählt. Oh, okay. Schon wieder hier. Wir müssen neue Fähigkeiten... Alter, die ist heftig. 100... Jo, okay. Leute, das ist jetzt die letzte Fähigkeit und damit auch die stärkste. Du hast mich gekillt. Hast du das gelesen im Chat? Nee, ich bin ja voll beschäftigt. 180, Leute. 180, Leute. Der goldene Burrito wird uns die Power geben. Yeah. Das ist jetzt die stärkste Fähigkeit im Spiel. Atombombe. Ich lauf hier in die Mitte, wo viele Leute sind. Go. Ach, ich kann auswählen. Hier. Ja, Alter. Boah. Jo. Was? Was? Ich hab keinen einzigen gekillt. Ah, doch einen. Jo, Double Kill, Alter. Ach nein, das sieht gar nicht gut aus für mich. Okay, wir machen direkt nochmal die Atombombe. Aber wir haben nicht genug. Wir müssen sammeln. Da hinten ist ein Kohl. Kohl, Kohl. Da, 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 da. Nein, ich hab auch so gesehen gefurzt. Das war gar nicht mehr eine Mission. Okay, hab ich es, Leute. Nein, 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 nein. Ah, du hast... Nein, du hast einen Double Kill an mir gemacht. Oh, das könnte... Ja, das war ein ganz sauberer Kill, Leute. Das war ganz, ganz sauber. Okay, wo spawnen die? Level ab, Level 12. Okay, noch eine Minute, die letzte Minute. Den erwischen wir auch. Und... Ja, den haben wir auch erwischt. Sehr schön. Burrito. Ja, wichtige Punkte. Nein, der war tot. Und ich hab noch verschwendet meine Power. Gar nicht gut, Leute. Oh, krieg ich den noch, krieg ich den noch. Die krieg ich. Ja. Jawohl, Ben Sonheimer. Okay, let's go. Ah, ich hab einige gekillt. 30 Sekunden. Oh, ich will den noch kriegen. Oh, ich will den noch kriegen. Den hier. Nein, das war zu früh. Oh, ich hab den bekommen. Nö, das ist der entscheidende Kill war. Oh, da ist Evo, Leute. Da ist Evo. Nein. Du hast auf mich gewartet da extra. Man, wie viel Fähigkeit hast du da rein. Ja, komm, bitte noch einmal. Ja, nein, ich töte es so nicht. Nein. Jetzt hast du mich, weil ich mit der 10. Special-Attacke noch gekriegt. Hey, aber guck mal, du hast den Kill nicht bekommen. Ja, den Kill nicht bekommen. Oh, Mann. Geschieht dir recht, ey. Oh, jetzt wird's spannend, Leute. Ich hab keine Ahnung, wie viel ich... Oh, ich bin nervös. Keine Ahnung, wie viel ich... Oh, ich hab nur ein Rekord. Ich hab Most Kills 9. Boah, ich hab vier Leute nur getötet. Das war noch viel mehr. Jawohl, Leute. Rekord, Leute. Seht ihr das? Most Player Kills Ben Sonheimer. So muss das sein, Leute. GG. Das war's mit der sehr abenteuerlichen Aufnahme heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mehr Roblox-Videos sehen möchtet. Vergesst auch nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Weg mit ihr! Und dann sehen wir uns morgen, ne? Leute, haut rein. Euer Ben Son. Ciao! Tschüss! Tschüss! Tschüss!